Dass man herausfinden will, wie man richtig lebt. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem jedes Menschen. Wie lebe ich richtig? Und ich glaube schon, dass wir jedenfalls zunehmend die Leute danach aussuchen, mit denen ich Filme mache, ob sie mir noch etwas beibringen können. Deswegen wird es auch zunehmend schwierig, überhaupt Leute zu finden, mit denen ich drehen will.